Moin allerseits und willkommen zurück zu Deponia Doomsday und der Frage, wie ich an die Flaschenbörste komme. Hehehehe. Ja. Wie komme ich an das blöde Teil ran? Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich muss ja... Äh. Ja, das ist natürlich sehr intelligent gerade, dass ich da raufgehe. Wobei... Ja doch, das war sehr intelligent, denn ich bin Rufus. Hm. Kann ich irgendwas an dem Chronomaten machen? Hoffentlich jetzt nicht die Zeit zurückschrauben. Okay. Selbst wenn ich es möchte, ich kann es erst machen, wenn ich diesen Elefanten platt gemacht habe. Gut, so ein bisschen. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich an die blöde Flaschenbörste? Oder spielen die vielleicht das Lied trotz... ...der Tatsache, dass er hier nicht sein Ohrenschützer da hat? Hm. Mal gucken. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Rudi. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey. Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Jetzt merke ich gerade so ein bisschen die Anspielung auf den Hinweis quasi. Hm. Ja, supi. Wie komme ich jetzt an die blöde Kartoffel? Ich brauche mehr blöde Kartoffel. Mann. Die Kartoffel. Kartoffel. Kann ich vielleicht mit der Scherbe irgendwas machen? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du... Dann hast du Briefbeschwerer. Genau. Hm. Menno. Oder kann ich... Das geht natürlich überhaupt nicht, aber ich kann es ja trotzdem versuchen. Eine Schrottflinte lädt man ausschließlich mit geschrotetem Schrott. Soviel zum Thema Kartoffelkanone. Ja, man kann es ja versuchen. Hm. Wie komme ich an die verdammte Kartoffel? Oder gibt es noch irgendwas hier beim Dingensbombs? Beim, 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 äh... Hier, Dingensbombs beim, äh, Vater von Boni. Ja, das Zeug läuft immer noch schön raus. Das ist, äh, schön. Kann ich da mir ein Glas von mitnehmen? Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Das war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach war fürchterlich. Äh, sollst du ja auch nicht trinken. Sollst du davon ein Glas mitnehmen, weil ich davon... Mir irgendwas erhoffe. Ich weiß zwar nicht absolut was, aber irgendwas könnte es ja schon sein. Hm. Hm. Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwas hier machen muss. Doni, willst du ne Scherbe? Ja, und das ist der Ausdruck. Willst du was ganz tolles sehen? Zufällig, wie du an einem spitzkantigen Gegenstand erstickst. Das bedeutet gerne. Aber warte bitte, bis ich aufhöre, mich wie eine dumme Ziege zu benehmen. Minu. Und ich dachte, du zeigst ihr jetzt die Scheibe, äh, Scherbe und sagst, hey, guck mal. Willst du haben? Scherben bringen Glück. Und so. Vielleicht... Vielleicht... Hätt's... Irgendwas gebracht? Nein, ich glaub nicht. Gut. Hm. Oder muss ich irgendwas mit dem Dart-Pfeil machen? Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Dart-Pfeil vor allen Dingen anfangen soll jetzt gerade. Ich hab den, aber ich kann halt leider nicht den ollen Stromumkehrer dafür kriegen. Oder muss ich irgendjemand anderem quasi für mich dort den Pfeil werfen lassen? Willst du ein Pfeil? Muss mit Bernard keinen Schrotthandel treiben. Ich kann einfach alles auf Tonis Namen anschreiben lassen. Cool. Nice. Willst du ein Pfeil? Frauen verstehe, wie ich erkennen die Sub. Erzähl mir. Ah ja. Nein. Will sie nicht. Will sie nicht. Hau lieber ab, Rufus. Das ist das Bissere. Oder habe ich noch irgendwas bei dir zum Reden? Willst du nicht ein Wort für mich einlegen? Oder ihr wahlweise mit Hausarrest drohen? Bitte, Rufus. Zieh mich da nicht mit rein. Was tuschelt ihr zwei denn da? Ah, nicht, Schatz. Nix. Nix. Ist, äh, äh, äh. Guck mal, rechts da ist, äh, äh, das ist ein Wasserfall. Ein brennender Wasserfall. Vielleicht noch nicht jetzt am Brennen, aber, äh, später wird's. Glaub ich. Mäh. Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwann das hier mitnehmen muss. Das sieht, das sieht doch schon irgendwie so, äh, grifffertig aus. Nehme ich das Zeug hier mit? Nein. Oder, nein, nicht, nein, nicht, nein. Nein. Nicht die Band anlabern. Ich wollte doch ins Dorf rein. Hm. Ich tu ein Dartfall. Lust auf ne Runde Darts? Ich passe. Mich kriegen da heute keine zehn Pferde mehr rein. Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen? Nö, ja, doch. Ähm. Die fehlen Schuhe. Mit Stub vielleicht? Kann ich das kurz ausleihen? Saftpressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das hab ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja. Aber die Saftpresse hast du erst zwei Jahre. Äh, wer sagt denn, dass ich die noch hab? Hm. What? Vor allem, warum hast du die Urne? Hm. Oder kann ich einfach mit Lonzo irgendwie reden? Hey, Lanzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Schade. 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 Oder muss ich das Spiel irgendwie manipulieren? Eine Ente ist doch immer wieder schön. Muss ich vielleicht das Schild hier irgendwie draufklatschen? Ich hab keinen Plan. Ich hier, ähm. Oder, genau. Ich brauch keine Hilfsmittel, um beim Darts zu schummeln. Offenbar doch, weil sonst, äh, hätt's ja klappen können. Dieses Schild ist der Bodensatz der Nutzlosigkeit. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Es ist doch bereits. Hm? Wofür war das denn jetzt? Also ich kann mich ja irren, aber das Schild kam zum Einsatz. Irgendwann. Das weißt du vielleicht noch nicht, Rufus, aber ich weiß es. Oder ich habe gerade irgendwie einfach nur das Gefühl, dass ich es weiß und in Wirklichkeit war das gar nicht der Fall. Äh. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ich hab meine eigenen Gedanken manipuliert. What the fuck? Wann will ich denn jetzt mit dem Strohhalm? Hm. Ich hab kein Schimmer. Ich muss irgendwas, muss ich doch machen. Hm. Irgendwas muss ich doch mit dem Wachs bestimmt machen, oder? Was muss ich mit dem Wachs machen? Kann ich da irgendwie... Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Ja, aber den hast du derzeit nicht zur Verfügung stehend. Aber... Warte mal. Äh. Hallo? Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Ja, als wäre das, was du hast, irgendwie wertvoll. Nicht nötig. In meinem Mantel zumindest nicht. Also nicht... Ich hab mir ja jetzt ja grad irgendwie gedacht, ja, machst du dir irgendwie eine Art Imkerhut aus das Ding da, aber... Ähm. Ja. Und wie für was hab ich die Knickerfolie überhaupt? Äh, was? Ach so! Hey, was ist das? Was geht das da zu lachen? Nicht nötig. Im Gegenteil. Du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. Ja. Ich glaub, Rattenmann wäre jetzt irgendwie die falsche Bezeichnung. Ich glaub, jetzt sollte er heißen, äh, Bienenrattenbartmann oder so. Geperdertwachs. Kann ich mir ein paar Oropax jetzt nur machen. Die Bienen waren offenbar fleißig. Sehr ungewöhnlich. Wait a second. Mach ich mir da vielleicht wirklich Oropax jetzt draus? Äh. Nee. Warum denn? Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht soll... Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas. Ich wollte Glas sagen. Ah ja. Hm. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Mir nicht. Deswegen versuch ich's ja. Hm. Juppi. Ich geh einfach mal hin. Vielleicht macht er ja irgendwas mit dem Zeug. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist vielleicht? Ha. In deinen Träumen. Na ja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Na, kommt hin. Menno, ich hab gedacht, der könnte irgendwie das Zeug benutzen, sich das in die Ohren klatschen und, äh, voilà. Ich hab irgendwie, äh, Ohrenschützer. Aber das war wohl nix. Was mach ich mit dem Wachs nur? Hab ich das eigentlich... Okay, hab ich. Das hab ich schon mir angeguckt. Wo kann ich mit dem Zeugs jetzt gerade hin? Äh, ich sehe gerade keinen Nutzen. Wie so oft. Mann! Kann ich dein Bart eigentlich wieder mitnehmen? Komm schon, Rattenmann. Lass uns spielen. Nee. Als dass, ich bekomme meine Revanche. Nein, das heißt es nicht. Dieses Spiel ist natürlich außer Konkurrenz. Natürlich. Ja. So wie alles andere auch. Oder... Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Ja. Toll. Dann wieder abschrauben. Ach, Minno. Kannst du doch hier in dieser komischen Plöre da sauber machen. Oder vielleicht über die Kartoffel draufpacken. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das lehnt, hast du... Okay, doch nicht. Oder doch nicht. Doch nicht. Oder vielleicht damit das reinklutscht. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht soll dich doch... Mann. Mannno. Was mach ich damit? Ich hab einen neuen Gegenstand, aber ich habe keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Oder... Ach, genau. Oh, ja. Äh, Wachs. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Hm. Einen Versuch ist es wert. Jetzt kommt die komplette Haut mit ab, ne? Ah! Diese Bein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier. Hier. Nimm. Ich brauche ihn nicht mehr. Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Haha. Und dein Gesicht, glaube ich auch. Was... Was mache ich denn jetzt mit dem Rasierer? Lady Shave. Okay. Lady Shave? Hm. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Nee. Nicht bei ihm. Ist ja keine Lady, ne? Was mache ich jetzt mit dem Rasierer? Ähm. Geil. Ich habe einen Gegenstand gegen einen anderen Gegenstand getauscht und ich habe bei beiden absolut keinen Plan, was ich machen tue. Ähm. Und so, brauchst du zufälligerweise einen Rasierer? Zum tausendsten Mal, Rufus. Du kannst deine Zeche nicht mit irgendwelchem Schrott bezahlen. Hä? Wieso denn bezahlen? Ich lasse doch anschreiben. Genau. Oder vielleicht bei Toni? Ich glaube, die will keinen Lady Shave haben, oder? Oder... Nein. Ich brauche keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Ja. Nein. Das hat doch keine Haare. Ich muss es wohl noch eine Weile im Mantel lassen. Oder vielleicht doch zum Jungen? Warte mal. War mein Gedanke, den ich hatte, aber sofort verworfen hatte, vielleicht doch richtig? Und jetzt stillhalten. Was? Hey! Stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Äh, okay. Ich glaube, die größere Frage ist wohl eher nicht, wo der Rattenmann gerade ist, sondern, äh, wo sind die Bienen verschwunden? Ach, okay, jetzt habe ich Bienen in der Tasche? Ja, sie sind ganz müde von der Aufregung. Sie haben sogar schon ihre kurzen Beinchen abgelegt. Ah ja. Was mache ich denn jetzt mit den Bienen? Die Bienen haben für heute genug gearbeitet. Können wir ihnen die Pause? Nee. Oder, äh, Ara? Tony hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Ja, kann sein. Das ist nicht nur so groß, sondern Glas. Warum auch eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Was mache ich mit den Bienen? Klatsch ich dir auf die Kartoffel oder so? Es stimmt wohl. Wenn dir das hast du... Okay, offenbar nicht. Was mache ich jetzt mit den Bienen? Gehe ich da wieder zum, äh, Jäger hin? Hier, willst du ein paar Bienen haben? Hm. Präzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Blasrohr, Pfeil, Bienen. Ist notiert. Und jetzt lass mal nachschauen, was du mir da gebracht hast. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Ja, wo ist das? Wo krieg ich ein Rohr? Wo? Ich? Ich? Äh, Rohr. Äh. Rohr? Joa, theoretisch eigentlich nicht, ne? Äh, eigentlich doch mal nicht. Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Ich bin Profi. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großweltjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Was war der Rest? War das dritte ein Pfeil? Ich glaub ja, ne? Dann, äh, hier hast du ein Pfeil. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Viel Vergnügen damit. Danke! Auf zur Entenjagd! So, aber jetzt... Ja, wie ist das denn da bitte zusammenge... Pfff! Sag mal... Das Ding ist ja regelrecht... Wo sind die Bienen? Ach so, der Stachel ist vorne. Äh... Ach nee. Das ist Nervengift, genau. Wofür brauche ich überhaupt das Nervengift? Ach, ich frag einfach nicht. So. Mit schon hinahnen. Oh. Äh. Gute Nacht. Ja, also... Ich hab gewonnen, ne? So oder so. Kann ich den Pfeil vielleicht auch noch haben? Ähm, offenbar nicht. Ich bin mir nicht ganz so sicher, Rufus. Ja. Seine Muskeln entspannen sich noch. So schlimm kann's also nicht sein. Ähm... Weiß nicht. Na gut. Dann mal wieder runter und zu diesem Nil-Bot. Dann kann ich ja... Ach, warte. Das Ding sieht aus wie eine Granate. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ja, und warum sieht das Ding aus wie eine Granate? Na guti. Auf das Ding hier. Ja. Du kommst wieder rein. So, wie war das jetzt? Ah, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Genau. Oh. What? Alle Menschen müssen verliebt werden. Nee, 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 nee. Boah, was soll denn das? Wo ist Chillbot? Chillbot kann mir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur in 4.000. Wird ihn aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, würde ich nicht erdrosseln. Waaah. Da hab ich ja einen tollen neuen Freund gefunden. Hehehe, hier. Chillbot-Brutalitäts-Level wird gesenkt. Modus-Bürgen. Was? Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Übt ja nur drei Hebel. Okay. Äh, äh, äh. Chillbot-Mode. Willkommen in der Invention des subtilen Schmerzens. Waaah. Aua. Wann soll denn was? Ja, winzeln ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden. Mensch. Warte, bis ich mit dir fertig bin. Ich hab nämlich, äh, kein Inventor. Ah, aber wenn ich eins hätte. Ich hab einen Sch... Augenschlüssel. Nein, kein Zahnstocher. Schmerz-Bot-Mode. Ah. Wups. Killbot-Mode. Äh, nein. Schmerz-Bot-Mode. Schmerz-Bot-Mode. Schön. Killbot-Mode. Nicht schön. Schmerz-Bot-Mode. Aktivieren? Ja. Äh, schon. Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied... ...habe ich mir einen Prozessor... ...unter Kühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre, äh, zu freundlich. Fassens. Okay. Haben Sie den Computer schon mal an- und ausgeschaltet? Das könnte vielleicht helfen. Chillbot-Mode. Nehm dich zurück und genieß die coole Atmung, Mann. Ja. Na, endlich. Klar. Da war rein, das Ding hier. Ah. Fühlt sich gut an, ne? Das war echt nötig. Ja, aber Kim, ich, äh, irgendwann später. Genau gesagt, gar nicht. Immerhin kriege ich jetzt die olle Kartoffel. Ach, ich muss ja grillen gehen erstmal, genau. Stimmt ja. Ähm. Aber dann habe ich die Kartoffel. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie ich die Kartoffel eigentlich aus seinem, äh, Alu-Gefängnis befreie. Hab das irgendwie hinbekommen. Ich habe auch keinen Plan wie. Du bist präsentiert. Das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Ja. Ja. Ach so, ich einfach benutzen. Okay. Wum sagt mir das keiner. Oh. Rein das olle Ding hier. Paar Pantoffeln rausholen. Und wieder einen schönen Ohrschmuck zusammenbasteln. Früher habe ich immer Kartoffel-Astronauten gebast. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Nee. Sagte ich Kartoffel-Astronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Genau. Du kannst wieder schön deinen Kopf zumachen. Und ich kriege meinen, äh, Bürste. Nö. Das ist ein, äh, Nasenverschluss. Das Wänding. Wow. Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das gedudelte Band da drüben auf den Sack geht. Ja. Und du mir erst. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one. A two. A one. Two. Three. And the number after three. Five. Meins. Hehehe. Jetzt kann ich die Knarre laden. Fertig. Der Elefant kann kommen. Oh ja. Fertig. Der Elefant. Okay. So, Tuck. Ich hab deinen Tag gerettet, denn ich hab ne Knarre. Gefreiter Tag. Du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich. Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Ja. Kann ja noch passieren, dass du dich an dein Gewehr schneiden tust. Oh Mann. So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Na ja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Ja. Wo das Haag plötzlich irgendwie... Er macht Witze. Noch mehr rum hier mal. Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. So schnell schießen die Rusen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Du hast einfach keine Fantasie. Du fragst dich jetzt gerade über einen Elefanten, der Leiter klettert? Hallo, der Elefant ist erstens rosa. Und zweitens, warum hat er irgendwo einen Hebel, wo ein geheimer Durchgang freigelegt wird? Hä? Hä? Was bist du denn hier bitte für den Zeitkram-Fuzzi? Hä? Was aber auch gar keine Ahnung. Äh. Okay. Was hat... Ne, ich wollte doch nicht... Was hat der Teenage gebracht? Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und... Bing! ... ihm eine Falle stellen. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz bevor ich dir beim Einparken helfe. Ja, ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladfläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan! Aber der wird wahrscheinlich komplett... Oh. Ich bin ja ganz am Anfang. Äh. 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 Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Also der erste Teil war nur ein Traum. Der zweite Teil allerdings nicht unbedingt wirklich. Und wieso habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendwas komplett anderes passieren wird, als das, was irgendwie jetzt passieren soll? Naja. Okay. Ich glaube, die Falle baue ich hier wohl mit den Schildern. Kann das sein? Oder nicht mit den Schildern, sondern mit dem Ding, was dahinter ist. Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Aber echt, Mann, ne? Äh. Seil, Seil, jetzt da dran? Ich will eine Elefantenfalle bauen. Kein Fallstrick für Rollatorpiloten. Oh, Menno. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich hier durch den Gang gehe? Okay. Offenbar. Noch nicht wirklich viel. Jo. Und wie, äh. Nein, das ist nicht das Seil. Und wie willst du jetzt das Seil da bitte da oben anbringen, hä? Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrückend pflegen. Ja, super. Dann Anna Luke? Ich will eine Elefanten, keinen falschen... Menno. Wo könnte ich denn das anbringen? Beim Schrott vielleicht? Das letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Genau. Ähm. Ähm. Super, ich hab einen Plan, aber... Nee, Rufus hat ihn natürlich komplett vergessen. Oder vielleicht wieder dahin? Hm. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Nö. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Ich hab zwar keine Ahnung, was ich machen soll, aber die ist so gut wie fertig. Ähm. Vielleicht das Seil an dem Sack hier befestigen? Ja, keine Ahnung. Okay, geht noch nicht einmal. Ja, supi. Dann vielleicht, ähm... Ja. Schrott da rein? Wozu die Mühe einen passenden... Ich nehme doch... Okay, dann halt nicht. Äh, hä? Du jagst einen Elefanten. Wow. Hups. Hm. Damit der Knicker foliert? Dann halt nicht. Dann halt auch nicht. Menu. Okay. Ja, die lukt rum. Was mach ich denn? Warum... Blödes Inventar. Warum öffne ich immer mein Inventar? Hm. Dann vielleicht... Äh. Wo soll ich denn das anbringen? Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Kein Fallstrick. Ja, ja, ja. Wo soll ich denn hier bitte ein... Hä? Oder vielleicht wieder runter? Okay, raus geht schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Ach, wat? Oh. Äh. Oh. Oh. Ähm. Äh. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Hahaha. Hahaha. Äh. Äh. Der arme Porzellan, Rufus. Was ist denn das? Eine Kloschüssel oder was? Oh. Das ist wirklich eine Klo... Hahaha. 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 Haha. Tony will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber, jetzt mal unter uns. Klo-Brille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Warum heißt die eigentlich Brille? Weil, dann kannst du ja... Nicht mal aufsetzen. Warte mal. Hahaha. Mann, Rufus, du bist echt zu blöd, um das Ding da zu nehmen, ne? Da behauptet Tony immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Ja, auf jeden Fall kannst du schon mal nix festhalten. Nimmst du da... Auch... Auch mal nicht. Nein. Willst du nicht mitnehmen. Gut. Gut zu wissen. Denn jetzt vielleicht mit dem Seil verbinden? Ich nehme doch... Ah. Vielleicht war das mit der Kurbel etwas vorheilig. Ach so. Ja, Mann. Warum sagst du denn nix? Was? Warum sagst du ja nix? Das ist halt ne Kloschüssel benötigst. Beziehungsweise ne Klobrille. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Boah. Ich sag mal so. Es sieht schick aus. Könnte fast als Kunst durchgehen. Ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollator-Piloten. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Mann, ey. Lass mich raten. Ich muss wieder runter. Kurbel hoch. Und, äh. Kann das Seil da durch irgendwie? Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Also. Jo. Das konntest du vorher nicht machen, oder wat? Okay. An der Luke befestigen? Jo. Die Falle ist gestellt. Dieser Problem-Elefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Ja, aber er wird nicht zum rosa Pantern, ja. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck. Dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das, äh, hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Ja, ja, ja. Schwierig zu erklären. Noch schwieriger zu verstehen. Äh, du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal. Passt schon. Genau, passt schon. Die Gläser sind jetzt ganz. Hoffe ich mal. Ist der Elefant jetzt da? Nein. Herr Super, jetzt habe ich das Problem, dass ich den Elefanten nicht habe. Ei. Und? Nochmal mach ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe. Zu schnapp. Rüssel ab. Wird schon schief gehen. Was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Jetzt gehe ich zu Toni. Okay, ich gehe zu Toni. Toni, Toni. Halt du die Klappe da oben. Nein, nein, nein. Nein. Ich muss Toni. So. Nein. Nicht jetzt. Kürbislaterne. So viel Zeit muss sein. Genau. Nein, Lotti. Halt die Klappe, Lotti. Uhu, Schnutzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja. Nee. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Wie? Was? Sonst nix? Hä? Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. War das jetzt kein Hinweis, dass ich zu ihr hingehen soll und... Ach, man. Beinah verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht, hoffe ich mal. Komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papstschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das... musst du dich verstehen. Hauptsache, Gläser sind heilen, oder? Ja. Das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Wieso habe ich das Gefühl, dass sobald Rufus mit dem Ballon in den Himmel steigt, die Gläser kaputt gehen? Ich glaube, das ist... Ja. Das Schicksal der Gläser ist, kaputt zu gehen. Ganz ist keine Lösung. Hm, okay. Scheint... Äh? Toli! Nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges pinkfarbenes Ungeheuer! Ja, mit grauen Haaren und Beinen. Und vier Fingern. Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und... Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, äh... Jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Piñata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Aua! Ja! Tatsache! Alles voll! Aber... Moment mal! Diese Bonbons kenne ich doch! Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Das ist kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst! Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz! Mich wundert's grad so ein bisschen, dass die Klobrille da oben überhaupt hält. So, du hast genau einen Satz. Hallo, ich muss weg! Täh? Ähm... Äh... Ja, genau. Genau. Die holt grad die Kettensäge. Ähm, Moni? Alles doch dran. Ja. Die Gläser werden kaputt gehen. 100 pro. Wo ist eigentlich jetzt Toni? Äh, doch Toni hingegangen. Ich glaub, hier zu Dingsbums, ne? Bernard. Habe ich sogar die Vermutung. Dann werde ich mal in der nächsten Folge dann schauen, ob sie gerade bei Bernard ist und, äh, ob... Äh. Tollis Elefantenmutter irgendwie nochmal hier aufsteht. Die liegt da nämlich so halbtot gerade. Hm. Naja, mal gucken. Vielleicht wird sie ja durch diese komischen grünen Dämpfe ja vielleicht irgendwann wieder... revitalisiert. Dann wird sie schon wieder gesund dastehen. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Mm-mm. Bye. melanin.